Das ist gut. Herzlich Willkommen. So meine lieben Knäckebrote, da sind wir wieder. Neues Spiel und so ein bisschen was Specialmäßiges. Weil wir damit zu Weihnachten beginnen wollen, so frei nach Motto Bloody, Christmas oder wie auch immer. Wir spielen Dead Island und mit mir zusammen ist der Broti. Nein, bin ich nicht. So, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir denn? So einen geilen Wurf-Experten oder doch lieber so eine geile Feuerwaffen-Expertin? Also zu der Feuerwaffe, wir haben ja schon ein bisschen gespielt, im Gegensatz zum Aims und zu der Feuerwaffen-Expertin. Kann ich nur mal sagen, so viele Waffen gibt es im Spiel nicht, deswegen lohnt sich das nicht so wirklich. Expertin für scharfe Waffen, Experte für stumpfe Waffen und Ryder hat einfach mal gar nichts darunter. Alter, ich glaube ich nehme der Ryder. Ryder hat einfach nichts. Ja, keine Ahnung, ich bin so ein Typ, ich gehe einfach die ganze Seite nach rechts. Den habe ich gar nicht. Ja, aber geil, ich schon. So, ich glaube ich nehme den Experten für stumpfe Waffen, oder? Oder nehme ich die Expertin für scharfe Waffen? Die ist heiß. Ja, aber ich nehme nämlich genau das Gegenteil von dem, was du nimmst, deswegen sag es. Ich nehme scharfe Waffen. Ich stehe voll auf scharfe Waffen. Gut, dann nehme ich stumpfe Waffen, weil ich mache ja immer so stumpfe Witze. Lustig. Nein. Ja, raus aus den Ferien, schlag mich tot, bla bla. Prolog. Behalte deine Feinde gut im Auge. Ey, ich habe keine Ahnung, ob wir direkt Koop zocken, ne? Also eigentlich sollte das direkt eingestellt sein. Ähm, du musst doch alleine erstmal den Prolog spielen. Ich versuche einfach so früh wie möglich zu dir zu stoßen, so. Okay, also ich bin gerade irgendwo... Hammergeil. Der liegt eine Flasche Jack Daniels oder so. Ja, sieht immer nur so aus wie es auch, aber da vergibt es auch mehr. Und die kann man auch trinken, man kann auch betrunken spielen, aber... Hammergeil! Ja, awesome! Weihnachten ist ja auch immer so ein Saufbelage irgendwie bei manchen. Ja, irgendwie schon, ne? Es soll ja eigentlich ein bisschen besinnlich sein, aber es wird ja immer mehr so zum Sauffest. Wie alles andere. Ja, eigentlich grundsätzlich, ne? Irgendwie egal, egal was ansteht, ne? Es ist irgendwie immer so... Sagen wir mal, es endet immer im bekannten Suff. Suche die Nottreppe. Oh, Hammergeil, Alter! Hier sind so geile Menschen, die umgeschnetzelt worden sind. Und die halten fast Händchen. Aber sie sind Hammer umgeschnetzelt worden. Ja, super! Ja, Mann. Das ist Weihnachten! Hier verbreitet sich ein sehr weihnachtliches... Hier verbreitet sich eine sehr weihnachtliche Stimmung. Ja, wie immer. Oh, Hammergeil, Gürtel, Alter! Und Scheine! Boah. Hammergeil, was man hier alles finden kann in den Koffern von irgendwelchen anderen Idioten. Die leider schon tot sind. Sowas doof ist aber auch, ne? Drücke T, um Taschenlampe ein- und auszuschalten. Ja, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, man gehört sich ja sonst nix, ne? Oh, Badelatschen. Ich doch nicht. Öffnen! Ja, dann nehmen wir das einfach auch mal mit. Und noch schon ein paar Scheinchen. Kann ja nicht schaden, ne? Ach ja, nimm alles Geld, was du findest. Davon kann man nicht genug haben. Bam, Junge, durch! Ja, äh, ich probier's. Also im Moment hab ich bis jetzt, glaub ich, alles... Wow, was ist denn hier los? Irgendwie komm ich aber mit der Steuerung noch nicht so ganz fit. Muss ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob meine Maus mir zu schnell eingestellt ist oder was da los ist, aber... Boah, hier ist dunkel, Alter. Ich hab irgendwie... Warte, kommen ja eigentlich auch so Viecher oder so? Weil wenn, Alter... Boah, Alter, ich piss mir so in die Hose. Ja, schön, dass du erst mal alleine spielen musst. Ich seh auch dein Spiel, ehrlich. Ja, das kann sein hier von wegen, weil ich noch in diesem Prolog drin bin. Ja, ich glaub, du musst auch alleine spielen. Spiel den erst mal alleine. Ja, was anderes bleibt mir ja nicht übrig, ne? Alter, ich schieb mir grad schon voll die Panik, dass hier irgendwelche Wichsviecher kommen und mich umwichsen wollen. Fuck. Ich seh es kommen, Alter. Sie wollen mich... Sie wollen mich alle umbringen. Glaubt mir. Alter, ist meine Taschenlampe gerade ausgegangen? Ja, die hält auch nur eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie die geht. Mit F? T. T. Irgendwie, T für Taschenlampe. Ja, die geht nur eine Zeit lang aus. Ähm, ich hab's geschafft, mich festzublitschen. Puh. Alter, das find ich grad grad gar nicht cool. Ich steh in, ich steh in so'n dunklen Lobby-Ding da drin und muss die Nottreppe suchen. Und, Alter. Okay, Fimstick-Fans. Die Aal sieht aber schon nicht so schlecht aus. Bisschen kleine Titten. Persönliches Fest Weihnachten. Ja, Alter, ist halt so. Mann, wir spielen, wir spielen Splatter-Spiel, glaub ich. Ja, an Weihnachten. Fuck it. We are awesome. Ja. Aber geil, da sind grad irgendwelche so halbzerstücke in Menschen runtergefallen. Passt ja voll zum Weihnachtstheme. So von wegen geben und nehmen und, ne, äh, Besinnlichkeit. Die besinnen sich, die besinnen sich so in den letzten... Also kann man auch direkt Dead Island spielen, ne? Ja, so ungefähr. Ne, aber die besinnen sich mal auf die richtigen Werte, nämlich auf zum Beispiel Freiheit im freien Fall. Oder... Ne, so die schönen... Die schönen Momente im Leben, ne? Im freien Fall, kurz vorm Tod. Ist klar. Äh, ich hab nur keinen Peil, wo es hier weitergeht. Also hier ist so ein geiler Aufzug, aber der ist irgendwie stecken geblieben. Ja, gibt einen zweiten Aufzug, wenn ich mich nicht irre. Ah, hier gibt's ganz viele Aufzüge, aber ich... Ich schnetze mir hier die ganzen Koffer. Und guck mal, vielleicht find ich da drin irgendwas Schönes. In jedem Fall misst du nur einen Aufzug zweit noch. Ich glaub, hier bin ich falsch. Weil ich hab auch einfach absolut... Oh! Warte, kann das sein, dass der... Dass der mir auf der Map anzeigt, wo ich hinlaufen muss? Na, Fail! Brücke umschalten, um zu rennen. Hammergeil! Ja, wo muss ich denn da hin jetzt? Gehe zum... Ich glaube, der hier ist gemeint. Wow! Öffne die Fahrstuhl-Luke, wo ist die denn? Stehe ich da drauf? Ich glaube, ich stehe auf dieser Fahrstuhl-Luke. Ich bin froh, dass ich mich beim ersten Mal zockt und hier nicht festgeglitscht habe. Bin ich scheiße? Warum krieg ich das denn jetzt nicht hin? Halte F! Ja, hab ich doch. So! Begib dich in... Lö, Fachstuhl. Und jetzt kommt so ne geile Filmstuhl-Luke. Und jetzt kommt so ne geile Filmstuhl-Luke, oder so, musst du halt wirklich rünteln mit der Maus, ne? Das ist jetzt kein Witz, oder so. Ja! Auf jeden Fall, aber geil, ich fall grad in nem Fahrstuhl nach unten. Und ich glaub, da steht irgendwer, oder irgendwas, und ecki... What the fuck?! Alter! Da ist irgendwas auf mich zu gerannt! Oh, scheiße, ich glaub, das waren Zombies, oder so. Ich will aber nicht! Alter! Hammer-Arschig, Mann! Ich bin irgendwo runtergefallen. Und jetzt, jetzt... ...jigger ich hier irgendwo rum, e... ...und ich hab voll die Panik vor diesen scheiß Zombies. Meinst du, meinst du, ich kann doch so ganz entspannt alles so aufsammeln und die Taschen leer machen? Oder ich müsste mich echt beeilen? Wo? Ja, ich bin grad in diesem Fahrstuhl gewesen und nach unten gefallen. Achso, äh, ich glaub, jetzt musst du dich beeilen. Echt? Meinst du? Ja. Ich will aber erst mal die Taschen leer räumen. Boah, ich renn mal lieber nicht, ey, nachher hören die mich, oder so'n Shit. Erst mal alles Leerräume, ey! Achja, scheiße, wenn die alle sterben, ja, und ihre Taschen hier so hinterlassen und so. WHAAAAAT? WHAAAAAT? Da lang... wollen und ich bin ich kaputt gegangen dabei ich brauche erst mal eine waffe nein du musst wegrennen ja ich muss gerade weggerennt weggerennt alter feuerst du musst auf die map gucken ich habe es geschafft ich habe es geschafft die fucking zombies kann mir gar nichts okay aber ich habe den prolog durchgezockt also glaube ich ich weiß es nicht so ganz genau weil ich bin jetzt da durch dieses ding gerannt und gerade eben waren noch so zwei typen da so zwei typen ja ich glaube ich bin noch nicht durch wo bist du jetzt wie irgendwo ja weiß ich nicht alter film sequenz so ich bin gerade mal so frei und lade dich eingeladen ich lade dich gerade einfach mal ein weil ich sehe dein gespiel nicht deswegen kommst du jetzt mal zu mir ja 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 einen anderen spielstand du bist ungefähr genau derselben stelle wie ich also ja ja ich habe jetzt einfach mal beitritt gemacht spieler können sich jederzeit mit einem spiel von spieler mit der selben jahr ja ja okay da bin ich bin ich auch moment da ja ich habe die beste aussicht f zum handel einladen bist du schon eben hier drüben aufgewacht ja kann sein dass das hier war oder woanders ja das war hier glaube ich oder oder in einem anderen raum ist auch egal aber auf jeden fall hier jetzt reden wir mit dem guten hier mit wem mit wem mit wem mit wem mit dem da ja jetzt habe ich schon mit dem gerettet ja macht nix also geht es darum dass er der retten schwimmer ist und ja wird angezeigt ne du ach stimmt ganz vergessen du hättest ihn jetzt eben noch gerettet das gehört ja auch noch zum prolog glaube ich ach ist völlig wurst auf jeden fall geht es halt ähm nehmen wir jetzt hier einen einfachen auftrag an ähm so die quest hast du auch bekommen jetzt ne ne diese quest wird nicht in deinem profil gespeichert ist mir aber lutschi weil das können wir gemeinsam machen glaube ich aber ich brauche erstmal der hammer geile waffe ja und paddel ne ne paddel ist keine scharfe waffe alter ich bin ja das ist eher später ähm gut dann nehme ich die jetzt mal so paddel wo bist denn ähm wir haben den typen hier wir haben schön geschnetzelt ähm aber sagen wir mal ich hab das schon erledigt hier hängt noch ähm ein wesensstil den ganzen die dir mal schnappen weil ich bin irgendeine scharfe waffe alter ich will ich will keine so ne doch nimm sie dir ähm wo bist du denn da bist du ja alles klar auf auf wir müssen auch da irgendwo ja genau karten für den äh rettungsschwimmer turm holen und ähm meinte dass uns da Zombies entgegen kommen ich weiß gar nicht wie man die Waffe wechselt ähm ja ich komm auch hier zurück ist richtig boah ich glaub ich schick mir gleich voll die Panik wieder wenn die kommen und dann hau ich einfach boah ist der scheiße erstmal draufkloppen des Todes boah alter werd mir ja wichtig für die Story ist wir sind halt immun weil wir wurden ja gewissen eben gegen diese ähm Zombie-Wirren da ähm wir müssen hier durch ja geh mal vorkommen hier du bist auf den Films gerade ja es war alles mitnehmen genau genau und die Energy Drinks ähm dazu welche findest das ist Energie was bringt mir die Energie ja dass du nicht stirbst achso also sowas wie wie Medipack meinst du genau wow alter verreckt mal du scheißviech erstmal übelst mit dem Bild und still gebit slappt mit dem Maustag äh schnell Wetter auszuwählen Hammer geil was hab ich denn noch noch gar nix deine Fäuste haste du siehst doch oben in diesen Kreis und deine Klamotten ähm ok wird's nochmal herkommen ich brauch ein bisschen Hilfe ein bisschen ach ja alles what the fuck geh man auch nicht offen warte mal gerade doch alter ich hab rausgefunden wie man so einen Schnellwechsel macht Fetz Junge hab ich Schmühwitz gegeben sagste guck mal da drüben ist noch so ein Pitzer auf jeden Fall ähm ist es halt wichtig du kannst auch so ein bisschen damit rechnen wenn du wenn die auf dich zukommen du gehst du links zur Seite und haust dann zu dass die dich nicht treffen ah ok du kannst halt auch springen in die Richtung oder einfach gehen aber es ist halt schon ein bisschen realistisch gemacht ok ja ich renne einfach auf die hier ist ne scharfe Waffe guck mal ja da hammergeil und Molotow Cocktail du kannst auch rechte Maustaste halten ähm und wenn du dann links rufst dann wirfst du zum Beispiel Messer ich kann's gar nicht auswählen du hast doch ne Handel ne gar nicht mausrad drehen ne 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 wenn du maus mausrad gedingst hast geklickt hast ähm dann kannst du dann kannst du so quick dingens machen so so schnell wechseln weißt du ach so ja du kannst aber einfach drehen das geht auch echt ja ne bei drehen passiert bei mir nix bei mir schon bei mir schon egal alter hammer eklig wo ist denn dein Messer nimm doch dein Messer mal ja ich weiß nicht wo das ist ich klopp jetzt einfach diesen ich musste ins Inventar ähm ermüdete ermüdende Eigenbauermesser ja Moment alter immer mit der Ruhe weißt du ich werde hier angegriffen von dem bösen Monstern und du scheiße mein Besen ist kaputt gegangen richtig ähm du kannst die Sachen später reparieren drück mal i bis dann im Moment ja ja ich hab das oh hammergeil alter ja Holzbrett hab ich Holzbrett hier so flap ah hier irgendwas mit ermüdender Eigenbaumesser Dingens schwaches Küchenmesser hab ich auch ausrüsten genau das musst du halt auf einen dieser Plätze ziehen du siehst halt rechts ausrüsten ja hab ich hab ich ausgerüstet flap Junge alles klar alter jetzt wird hammergeil sagste wuuu dem fehlt die Hand du kannst halt wenn du jede Waffe wenn du rechtsklick hast äh rechtsklick hältst und dein Gegner wird der so anvisiert kannst du halt auch werfen du kannst direkt mal hier ausprobieren komm mal her welcher welcher rechtsklick halten rechtsklick halten muss halt nah genug dran sein und dann dann hat zu werfen aber du musst gucken was du triffst das bringt aber auch nur eigentlich wenn du viele Waffen hast im Moment hast du nicht gemeintlich siehst du ja aber geil what the fuck alter der hat mir übelst den Schaden gemacht willst du mich verarschen stirb jetzt ey ich war dreckiger dreckiger Huren dreckiger Huren dreckiger Huren geh mal mal hier rein ne wir müssen doch da hinten hin ja wir suchen nochmal alles n bisschen nach Waffen und so ach soo ja man geil hier ist noch ne Kiste das können hier ist Energie und nahrungsmittel gedönse mal gucken was ist hier drin da ist gar nichts drin sagste was ist da drin da ist Geld drin Dietrich Stufe 1 benötigt hast du sowas geiles schon äh ne ich hab einen neuen Charakter gemacht extra äh für das Weihnachtsfest ja awesome ach wieso Moment warte mal kurz äh nein jetzt nicht Characterswitch ne ne ich muss kurz äh mal hier reden reden? mit real life person ach so ja dann machen wir doch mal grad kurz nen Cut einen kleinen Moment so nach dem kleinen Cut sind wir auch wieder da und ähm immer noch bei Dead Island immer noch am durchsuchen und ich hab nichts mehr da in dem Rondell gefunden ja ich auch nicht aber lass mal weiter geh mal ich hab so ne coole Breschstange hier lass doch mal hier kennst du dich eigentlich stark? weiß ich nicht ich glaub nicht ich hab dich getroffen ich hoff nicht bei sonst hab ich nicht weil sonst glaubt man spätestens der helfnisweg ist tot ok wir kriegen übrigens beide das Geld das wir aufsammeln echt? ja hammer nice stand bei dir gerade so 8 Dollar jaja boah 227 genommen ja warum find ich so viel Geld? ich hatte doch grad auch einen der mir so vorsehen ja aber sieben ihr dachte irgendwas nein alter lass dich nicht von dem töten jungen wir müssen auch gar nicht lang ich hab den grad nur gesehen und dachte hey guck mal da vorne steht noch so einer so ein geiles schnitzelchen lass ihn uns schnappen lass ihn uns schnappen boah irgendwie stabolieren wir uns nicht auch aua hab ich dich gehauen? ich tu mir leid die Zaun ist ja noch so eingestellt dass du die ähm dass die mit seinen Levels skalieren hast das heißt egal wann das hat ich gesehen hammer eklig alter je höher dein Level ist desto asozialer werden die Zaun what the fuck wie viele sind denn hat meiner grad auch gesagt okay ja meiner sagt erst mal oh mein Gott weh gimme zitto sorry zitto tennb 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 ein pool vollerwein hier ist ein Messer Ja, nice, Alter. Nimm ich mir gleich. Ey, meinst du, ich soll den erst mal abstechen? Den kannst du nicht abstechen. Kann ich nicht? Ist ja mal richtig miese. Obt sei der ist da so voll am Trauern, ja? Und ich geh da so hin und dropp den Typen aus. Läuft bei mir! Drecksiges Fickviech! Irgendwie find ich immer mehr Geld als du, hab ich das Gefühl. Ey, ich hab das auch aufgenommen. Oh, hier ist Alkohol. Aufzeichnung! Nimm du die. Ey, ich hab noch irgendwie so'n Radio-Ding in. Ah, mach mal hier die Tür auf. Öffne! Das Radio nervt ein bisschen. Bam, 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 bam! Offen! Ich hör aber irgendwo noch was. Ach, ich wusste es. Wir erst mal angreifeln! Okay, der ist tot. Rettungsschwimmer Schlüsselkarte, hab ich. Ah, hier ist noch ein Schrank. Schrank! Ja, Moment! Geh mal weg! Ich will gucken, ob hier noch was drin ist. Okay, ich hab da was hier gefunden. Ist ganz cool, man kann sich nach eigene Waffen basteln. Zum Beispiel so'ne Elektromachete oder so. Hammergeil, warte, da war noch was so mit Fingerhand mäßig. Hab ich auch gesehen. Alter, 11 Dollar sind besser als 0 Dollar. Okay, ich hab das Gefühl, meine Waffenmod funktioniert noch irgendwie. Wenn ich Geld finde. Ne, wenn ich Geld finde, hab ich auch immer so viel. Oder ab und an so viel. 240? Ja, hab ich gerade eben auch gefunden. Wir testen das mal. Alter, da oben ist irgendwas Mieses mit Totenkopf. Oh, ne, 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 noch nicht jetzt. Geht, komm, geht, lass uns weggehen. Warum? Äh, das sieht nach Spaß aus. Ja, aber nachher, die spawnen ja neu. Was macht der Typ da? Lass ihn uns töten! Lass ihn uns töten! Oh no, er will nicht getötet werden, das ist doch scheiße. Komm schon. Okay, auf, wir gehen, wir gehen zurück. Du gehst in... Ach, dann kann man auch gehen, okay. Ja, wir müssen zurück, ich hab die, ich hab diese nice Schlüsselkarte. Ein, ein maximal pigmentiertes, äh, Paar. Irgendwo hör ich hier so... So dieses, dieses geröchelte... Weißt du? Ja, ja. Was ist denn dieses Ausrufezeichen? Äh, das ist da, wo uns dieser gestrechelte Punkt hängt. Siehst du, du findest immer weniger Geld. Oh, bist du mies am, bist du mies am Kämpfen. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Alter, ich bin, ich bin die ganze Zeit Geld am Augen sammeln. Ja, komm raus, Alter. Der kommt doch rein. Meine Güte. Komm, das ist auch so eine Idee. Alter. Du musst da links, rechts schicken. Du Ruhrenkind. Geht der mir da voll auf den Sack, ey. Ist ja furchtbar. Guck mal, guck mal, ich find hier 335. Warum findest du da so viel, Alter? Das ist ja auch mal Asi. Ja, erst mal ein Energydrink saufen, was? Oh, die wollten ja Buchen und drehen. Guck dir das mal an. Oh Mann, nice. Was ist mit der Frau? Oh, du bist jetzt auch ein Zombie geworden. Ja, erst mal abstechern, was? Ich hätte mir ein Zombie-Porno gemacht. Ah! Oh, okay. Erst mal abstechern. Oh no, meine eine geile Waffe ist kaputt. Ah, nee, jetzt hab ich's vergessen. Das nächste Mal, bevor du Geld aufnimmst, lass mal gucken. Ähm, wenn ich das Geld aufnehme. Da war dann irgendwie sowas mit F. Ich will den Tanger runterziehen. Oh yeah, gib ihn mir. Oh Mann, ähm. Hammer geil. Wenn du das nächste Mal Geld findest, nimm das nicht direkt auf, sondern, äh, warte mal auf mich. Detail-Schrott, da, 13. Naja, das kann mit der ist dann gleichgewert. Nimm den einfach. Ähm. Nimm den nicht auf, sondern warte auf mich und dann guck ich mal, welches Geld mir angezeigt wird, weil das wär jetzt ein bisschen cheaten, wenn ich jetzt plötzlich so viel Geld hätte. Ja, das ist doch völlig lutschi, Alter. Okay, lutschi, okay, ist lutschi. Ähm, gut. Ne Menge Geld für mich. Hey, ich dacht, wir haben dasselbe Geld. Ja, nee, das ist... Ach, du bist einfach mies angelogen. Ähm, die hat mit, bei, ähm, gemoddet nämlich, dass, ähm, man mehr Geld hat, damit man sich die Waffen auch kaufen kann. Oh, 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 hier ist so eine maximal pigmentierte Zombie-Olle, die ich gerade mal mies absteche. Aber selber? Du bist selber, äh, dunkel. Ja, ich weiß, ich bin selber maximal pigmentiert, aber... Hier, guck mal, guck mal, guck. Darf man das eigentlich sagen? Was? Maximal pigmentiert? Das ist eigentlich politisch korrekt, ja. Echt, das ist politisch korrekt? Ja, hier ist 391, hammergeil. Okay, also liegt nicht an mir, alles klar. Da ist 330. Ne, ich glaub, das liegt da dran, so, wenn du, wenn du dir anguckst. Also, wenn du, wenn du gerade ausrauben. Ja, verrecke, du Dreck... ...viech, Alter, was fällt dir ein? Das waren auch mal Engen, ja. Ja, Betonung liegt auf Waren. Elektroschrott mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Feuerzeuggas, oh yeah. Vielleicht können wir ja geile Bomben bauen. Ja, man kann sich auch nachher so ein Feuer-Macheten-Ding bauen. Also, man kann alles bauen eigentlich. Hammer geil. Man muss nur die Pläne dazu finden. Ja, erstmal... Siev, Junge, Siev, Alter, erstmal töten. Ist unser... Ich dachte, unser... Moment mal, wer ist... Wer ist Warlock? Hä? Irgendwer ist gerade dazugekommen, hab ich gerade gesehen. Oh ja, ähm... Ja, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Ich kann auch irgendwie nicht, äh... Nicht die Leute rauswerfen. Ja, ist... Wie gesagt, ist egal. So, äh... Vielleicht sollten wir dem nur sagen, dass wir aufnehmen. Ja, schreib. Hab ich. Ich hab nur keine Ahnung, was der dazu sagt. Ob dem dat egal ist. Oder... Oder nicht. Äh, ich hab... Wenn er nicht selber rausgeht, dann ist mir das egal. So, hat er selber... Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich den kicken kann, ehrlich gesagt. Der will ja scheinbar auch nicht gekickt werden, also insofern. Hat der Bock... Ich würd' aber gerne kicken. Hast du Bock, was das ist? Ich kann aber die Internetoption auch nix ändern. Warlock 13! Na, hammer geil. Was? Warlock 13 heißt der, die oder? Ja, okay, wir begrüßen einfach Warlock 13. Ey, ich hab keine Ahnung, ob der so ausgesprochen werden soll, ne? Aber... Schlüssel zum Leben, hammer geil. Hast du das gerade abgegeben? Ne, warte, ja. Äh... Du hast halt so... Anzeits gehen. Was war das? Bauplan, genagelt, ja. Ein mitnehmen. Äh, genau. So, was haben wir denn hier sonst noch so? Ja, ey, komm. Ja, ey, ah, ja, 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 mach ich. Jum, gib ich ihm, gib ich ihm, gib ich ihm, gib ich ihm. Quest, die Verlorene. Diese Quest wird nicht in deinem Profil gespeichert. Ja, komm, ist okay. Gib ihm hart. Wey, whooppa. Lalalalalalalala. Geht's ernsthaft? Mach' den nervt mich ein bisschen, sorry. Das stört mich gar nicht. Der stört dich gar nicht. Das stört mich gar nicht. Okay, mit E-Kampen treten, habe ich gerade gemerkt. Ja, wusstest du das nicht? Ja, ich vergesse das immer gerne mal. Prolog for the win. Seife für 32 Euro. Äh, Dollar. Was macht der denn da? Ist das der? Ja, das ist der, ne? Was für ein Hänger, Alter. Bam, Junge. Geld, mein Geld. Einfach dreist for the win. Na, ich geh hin. Lass' den den töten. Und dann so, oh, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Und sammel das Geld auf die Erde. Boah, mach' ich wenig Schaden. Drücke E um zu treten. Aber geil, warum sagt der mir das denn jetzt? Weil ich es dir gerade gesagt habe. Ja, aber der, hier, der. Oh, 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 hier, mies Totenkopf und so. Mies Totenkopf und so, Mann. Was soll das? Wer bist du? Verrecke. What the fuck? Verrecke, du dreckst Pissviech. Alter, könnt ihr mal kommen, Mann. Wir sind so fette Totenkopf. Ah, cool. Warlock hat die Sitzung verlassen. Und ich bewege mich gerade auf dich zu. Ja. Und, äh, die sind jetzt auf Stufe 2 und entsprechen etwas schwieriger. Warum sind die jetzt auf Stufe 2, Alter? Ja, fuck auf. Habe ich mir auch gerade gedacht. Äh, lass' mir gleich mal gucken, was ich so Sachen habe. Liegt das am Warlock? Ja, ich brauch' jetzt erstmal Energy Drink. Dass die Level 2 sind? Äh, nee. Oder sind wir aufgestiegen? Nee, wir sind aufgestiegen. Hast du keine Upgrades verteilt? Ich glaub' ich hab' noch nicht mal eins bekommen. Dann drück' mal. Bitte, drück' mal U. Ja, Moment, ich muss gerade erstmal so'n Fiech töten. Drück' mal U. U gedrückt. Nee, ich bin auf Stufe 1. Komischerweise. Ja, Stufe 1 von 570, von 570, von 2000. Okay. Komisch. Ähm. Ja, weiß' ich nicht. Benötigt eine Stufe 3, ja, komm. Ist okay. Ähm. Ja, okay. Ähm. Das kann das Messer. 30. Ja. So, hab' ich noch. Beide Messer von mir sind am Arsch. Was soll das denn? Ja, leider. Ich hab' noch eins. Ähm. Nee, ich hab' ja auch noch mehrere. So'n schweres Kauferrecken machen keinen Schaden mehr. Kaputte Sachen machen keinen Schaden mehr, ne? Wie krieg' ich das denn jetzt? Achso, ausrüsten. Da rein. Hier liegt aber noch Paddel, ne? Wenn du willst, hier liegen sogar zwei Paddel. Ja, nee, ich hab' noch genug, glaub' mal. Ich samm' mir alle Messer und so auf, weißt' du? Hm, okay, alles klar. Äh, wo bist du denn? Achso, du gehst schon. Ja. So, ich hab' auch das Richtige in der Hand, glaub' ich. Immer geradeaus, immer geradeaus. Wir müssen nie einladen, müssen wir. Oh, gibt's da irgendwie noch was geiles? Okay, ich hör' kapis. Alter, schein' jemandem Hilfe. Los. HINDAAA. Get on me. HINDAAobic. Auf die andere Seite. Hilf, Junge. Abaa! Fuck, Alter. Hilf, Junge. Erst mal abstechen und so. Fam, Junge. Und immer geil! Abstechen! Abstechen! Abstechen for the win! Was hat der da? Große Nageldingens? Sagst du? Jesus Christ! Ich bin richtig krass! Ich brauch auf jeden Fall so'n geilen Energydrink Ja, kriegen wir gleich Alles da drin ist, glaub ich Ja, ne, hier Energydrink Flaps Erstmal fett Energydrink gesoffen Und hier vorne ist irgendwo ne Werkbank Jo, die können wir auch gleich Die können wir auch gleich benutzen Draht gefunden Draht Klebeband Geben wir hier noch mehr? Reparieren, Upgraden, Modifizieren Richtig Öffnen So, äh, die würde ich mal zulassen Ähm, jetzt kannst du dich an die Werkbank Ich geh auch mal da dran Äh, ein hinfälliges Brecheisen Was will ich machen? Ähm, du kannst dir, ähm, den Bauplan genagelt mal machen Äh, wo sehe ich denn das? Modifizieren Modifizieren? Bauplan Schlitzer, Bauplan genagelt, aber dafür bräuchte ich zwei Nägel Achso, hast du, ich hab leider keine Nähe gemacht Aber eigentlich, eigentlich will ich, eigentlich will ich, äh Eigentlich will ich mir hier dieses Schlitzer-Ding machen Ja, dann, du siehst rechts, äh, was du dafür brauchst Ja, dann, du siehst rechts, äh, was du dafür brauchst Also, ein Basis-Gegenstand gibt's halt immer eine und rechts halt immer Teile Ähm Ja Ja, gut, ähm, ja, ne, also wir fehlen da eh noch ein paar Sachen, also insofern Auf, auf! Du kannst aber Upgrades machen, dadurch werden deine Gegenstände ein bisschen stärker Upgrade Dafür musst du die halt aber erstmal reparieren Schweres Tauchermesser, muss ich nicht reparieren Upgrade Ja, aber das bringt mir doch voll wenig, nur beim Tauchermesser, ne Belassen das, ich spare mein Geld Ja, gut, dann spare dein Geld, aber guck mal, was ich hier habe Na, du hast genagelt gemacht, ne? Richtig Ja Dankeschön, gibt ihr uns noch Geld? Nein, natürlich nicht So, ähm Ja, fetter Huren, Alter, was gibt doch kein Geld, Mann, dafür, dass wir den gerettet haben Selbst in einer Situation, die Leute ist noch geizig, ja, ey, guck mal, ich lauf hier mit meinen, wie wenig Geld Guck mal, ich hab nur 3.644 Dollar, nur, ja? Ja, Mann, ich hab 4.000 Ja, ich hab ja gerade geupgraded für 400, aber warum soll ich sparen? Ähm Wo, wo kommt denn das jetzt? So, drück mal, bist du jetzt aufgestiegen, mal langsam? Nee, glaub nicht Ich glaub, irgendwie meine Mod ist echt noch ziemlich hart Nee, Alter, ich hab 1.150 von 2.000 EP Ja, ich hab 4.200 von 6.000, ich steig gleich schon wieder auf Ja, verreckt doch einfach Ja, verreckt doch einfach Dreckiges Fur in so'n Fies Stirb Ich muss grad mal meine Upgrades nehmen Geil Boah, von wo, Alter, von wo? Du Pissviech Alter, ich hab nur noch voll wenig Leben Weil dieses Fickvieh mich angegriffen hat Fuck Kann nicht sein, dass du immer noch Level 1 bist Ja, doch Mir fehlen noch so ungefähr 770 EP Muss gleich nochmal gucken, ob ich noch irgendwas gemoddet hab Also die Wachmodder hab ich rausgebracht Ja, aber ich bin ja auf jeden Fall nicht so Hammer am Schnetzel wie du Kann trotzdem nicht sein, wir teilen uns die EP ja auch Das ist ja alles komisch Ja, aber der, der den Kill macht, kriegt glaub ich mehr Ähm, guck mal nach vorne Ja Hammer gelles Otto Spastenviech Erstmal gekillt Alter Alter Aber nice, wo kommen die ganzen Fickviecher her? Vorsicht Vorsicht Aua, 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 Aua Alter Zu viele Zombies Für zu wenig Waffen Hab mir auch grad gedacht Fick dich hart Kill dich mal bitte Mann Ich drück die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts Mann, 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 Mann Die ist noch ein Snack drin, wenn du bist Ja, wo der hin, wo der hin, wo der hin, wo der hin Geh mal raus erstmal Boah, es waren das gerade, ey Ja, das war heftig, würde ich sagen, ne Aber hier liegen geile Gedärme rum und so Immer diese abgefuckten Immer diese abgefuckten War das echt so, Alter Hammer die Spasten Komm hin, wir gehen hoch Ja, Moment, ich muss grad meine Waffe wechseln, das Messer gefällt mir noch nicht so gut Ähm, so Ich nehm mal das schwere Tauchermesser Ich nehm mal das hier mit, ne Ein schwere Tauchermesser ist gar nicht so scheiße Schweres Rohr, Alter Guck mal was ich habe Schweres Rohr Moment Halte F Ja, arme geil, Alter Ist mal ein schweres Rohr gepackt Wir kriegen Besuch Mann, war das denn für eine geile Aktion, Alter Kannst Sachen nehmen und werfen Oh Noch einer Ja, Mahlzeit Also, ich hoffe ich hab's jetzt alle eliminiert Die hier unten liegen So, wir sind aber schon glaub ich schon da Oh, jetzt kommt ein Endboss Wie, was? Endboss? Hier liegt noch ein Messer von dir auf dem Boden, ne Ja, ich weiß, aber ich kann nicht mehr nehmen Okay Ähm Ja, dann nimmt das Ding am besten mal mit Ja, wo geht's denn lang? Je nach Alter, der kommt erst mal so'n So'n Fickfotzenviech Mach das mal auf Ja Ich glaub du kannst ihn Doch, ging aber Ja Nein Getroffen Getroffen Aber geil Sagst du ich kann nicht treffen oder was? Kannst auch nicht War voll daneben, das war nur ein Bug Selbstverständlich Verrecken du Fickfall Ich hab nur 8 EP oder so für die Dinger hier Oh fuck, ich muss mit dem Moment aus Ey, ich krieg dafür einen 30 Wenn du die erstmal so fett aufs Was hab ich? Ähm Guck erstmal gerade Nimm dir erstmal hier so'n schönes Ding oder so Ähm Weil hier kommt gleich so'n fetter Kerl Und wir müssen noch richtig schön umbouncen Sonst haben wir hier direkt verloren So Okay, also immer geradeaus, ne? Hier so Ja Quester aktualisiert Bring ihn Boah, Alter, ich hab voll die Paras jetzt, ne? Ich hasse sowas Ernsthaft Der ist das Toyo auf, Mann Warte, bleib hier Ich find' so was voll zum kotzen Weil ich krieg dann immer voll die Panik, ey Weil meistens sterb ich bei so'n Hammergeil, ey Guck mal, wie er ihn zerfetzt Wie er ihn ausnimmt Aber der ist schon ziemlich hässlich, oder? Meinst du nicht? Ja Das könnte... Die könnten den nach dir gebaut haben, ne? Boah, Alter, was hat der denn für Anabolikas gesnackt, ey? Irgendes Todes Alter Puh Oh, ein bisschen Schaden aber Als wir die Kleinen kaputt machen Puh Schläge Schläge Fuck you, Schläge Wow Wow Meine Waffe nicht zerstört Du musst den von ihm angreifen, den seinen Schlägen ausweichen Und sonst Ist vorbei Ja, sonst hab ich voll das Problem, du sagst, ne? Einer ablenken und einer schlagen Okay, ich lenke ab Lalalalalalalalalala Puh Hammer, der Spasti Wenn du ein Körperteil mit einer stumpfen Waffe triffst, kannst du slam, okay? Ja, hau mal rein Alter, ich hab den keinsten Mal getroffen, ich bin schon tot Guck drauf, Alter Ja, ich hab... ich hab... auch nicht viel Leben Warte, warte, ich werf noch mal was mit dem, nach dem Ja, werf noch mal was nach dem, dann ist der abgelenkt Woah, mach schnell Boah, Junge, mit dem Messer reingesteckt hat Fabio, Junge Tot? Ja, Mann Ich hab ihn gekillt Ich hab ihn gekillt, Alter Bin ich nicht mal gesagt... Du hast auch mehr Schaden gemacht als ich Mir fehlen... mir fehlen noch 95 EP fürs nächste Level So, mir fehlt aber Leben Ähm... Ich musste grad... lass mal kurz noch ein Stück zurückgehen Da stand, glaub ich, noch ein Energy Drink in die Ecke Ja, nein, völlig... völlig irrelevant Nägel, Junge Ich hab Nägel gefunden Ich hab total Spaden bekommen, ich war fast tot Ja, ich auch Ist egal Die fackt, äh, komm mal raus Watt denn? Hier steht noch ein Energy Drink rum Ne, pass auf, hinter dir, hinter dir Woah, woah Du, du Pissviech Ähm, die machen jetzt den Notland, glaub ich, wie sich das hier so anhört Deswegen würd ich gern aufs Dach kurz Ähm, guck mal, hier stehen auch überall Energy Drinks rum Ja, ich hab mir schon eingenommen, danke Ähm, geh mich hoch, wir müssen noch... Ne, krass, ich erstmal hier rein Taschenabend nicht vergessen Taschenabend ein Erstmal ein Bad Wow Boah, Junge, Alter, bin ich immer ein geiler Fighter, oder was? Typisch Frauen immer ein Bad, ey Sag mal an, ey Guck mal, dahinter bewegt sich doch irgendwas, oder bin ich behindert? Oh, das ist der Ventilator Äh, so Was? Was? We are doomed? Hammergeil Ne, Hammergeil, find ich gut Oh fuck, da sind zwei drin und hier steht einer der Tür Okay, erstmal, erstmal eliminieren, wa? Aufstieg Nice Auf was soll ich das setzen? Äh, hier liegt noch ein Messer Soll ich das auf Raserei setzen, oder was? Alter, hier liegt ein Fleischer Messer Ja, Raserei ist ganz gut schon anfangen Ja, Moment, ich setz mal grad noch gar nix Boah, Junge Mitnehmen Nein Ich kann mir einen Dollar, 5 Dollar füren, äh, Energydrink, gibt's hier Komm mal schnell Fuck, 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 Mann Ey, ich bin ja drauf gegangen, ey Der eine ist aber noch nicht dauernd gewesen Ne, ich hab den jetzt mal auf dem Boden, er ist manchmal ganz gut, den einen, drei Seiten liegen zu lassen, damit man sich wie die anderen kümmern kann Ähm, wir müssen jetzt glaube ich noch einmal nach oben und das war's dann Ne, Fakt Irgendwann hab ich noch mit, ich hab noch irgendwas mitgenommen Jaja, das hab ich auch schon, das ist nun zur Folge Ähm, wir müssen noch nach oben Ja Machen wir, oh scheiße, meine Taschenlampe ist gleich leer Sollen wir das aufteilen mit der Taschenlampe, einmal nimmst du dir, einmal nimm ich die? Äh, wir brauchen uns hier keine mehr Brauchen wir nicht mehr, meinst du? Ne Okay, dann raus nach oben Ich hab schon ein bisschen gespielt, wie gesagt Aber wie gesagt, diese Folge geht jetzt auch nicht mehr lange, ne? So, Alter, irgendwie müssen gleich mal... Ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal die Mission noch zu Ende und dann... Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich eine Pause machen Da, guck nach oben, guck nach oben, komm hoch Wow Wow Da oben ist ein Flugzeug, Mann Ja, Hammer geil, ich hab's gesehen Null Mann, ey, ich zieh nicht mal das Flugzeug Ey, da vorne, da vorne sind doch voll die geilen Raper-Raper-Männer Wow Sterb einfach Alter Geher nach Stufe 2, Alter, verreck mal du Geherin, Alter Genau, bei mir sind die in Stufe 3 Was? Warum sind die... Alter Ich hab' gehört Was hat die denn für'n... für'n V-Schlag, ey? Erzähl' mal keinen Äh... Find' man so'ne Frau, die so schlecht Erzähl' mal keinen, Alter, so was gibt'n nicht So Hat er die auch's'n geiles an sich gehabt? So Noch einmal hier rein... Achso, ja, geh du mal vor, bitte Warum soll ich denn vorgehen? Weil du die Kamera hast Weiß ich krieg voll auf'n Sack Wow Wow Wie ich jetzt wusste, wie ich jetzt wusste, dass er aufstehen würde Ja, und... Wie ich jetzt einfach mal... Fuck you Die Waffe ist kaputt, man, oder? Weiß ich nicht Ich hau' einfach drauf Du brauchst keinen Schaden, nimm' ne andere Waffe Wenn die Waffe kaputt... Ah, ich hab' keine mehr ausgerüstet Ah, komm Du musst dir... Du musst gucken, wenn die Waffen kaputt sind, bringen die dir nichts mehr Ja, ich weiß, aber irgendwie hat der die nicht gerade selber ausgerüstet So, guck mal hier an die Funke An die Funke? Ja Erstmal durchsuchen So, und wo ist jetzt die Funke? Ja Erstmal durchsuchen Alkohol! Mitnehmen! Guckst du in den Müll mal, was findest du? Erstmal ne Flasche Alkohol Logisch Packt alle zusammen Alles klar Okay, dann haben wir das jetzt auch hinter uns Ja, in der Tat Da kommen die guten Und betieren Die guten Frisch geräumte, ähm Kreationen Das ist schonmal hammergeil Ja, würd ich mal sagen, äh, haben wir gut gemacht, ne? Ja, haben wir... Finde ich auch sehr gut gemacht Wir reden grad mal mit dem Typ, ne? Der hat irgendeine geile Waffe fallen lassen Ich haben will Ja, tauschen gegen Alkohol ist okay Äh, sollen wir dann mal jetzt hier, äh, den Cut setzen und, ähm Ja Ne? Für, für, für den zweiten Part, dann, äh Der müsste dann, äh, morgen kommen Morgen! Ne? Alles klar, gut Ja, dann bedanken wir uns, äh, dafür, dass ihr zugesehen habt Und, ähm Würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr da irgendwie, ne? So, liked, abonniert, schlacht mich tot, wie gedöhnt wird Nein, okay, du musst was anderes machen Ihr müsst dieses Video liken, auf jeden Fall, ähm Weil, alles andere wird nämlich folgendes Szenario, äh Wir werden sterben Genau Ihr werdet alle an Zombies sterben Weil, wir sind die Einsten, die euch beschützen können Also Like, dass ihr hier verdeckst und abonniert uns So sieht's aus Alles klar Ja, dann bis, äh, morgen Ciao, ähm Willst du nicht auch noch was sagen? Ähm Frohe Weihnachten Stimmt, ja Was kommt an Weihnachten? Oh mein Gott Hab ich ja völlig verpeilt Ja, dann, äh Frohe Weihnachten, äh Schönes Fest der Liebe Und, äh Äh Das, auf das es nicht so aussehen möge bei euch wie gerade bei uns Und, ähm Ne? Würde ich sagen Ist halt so, ne? Ciao, sehen